... Das heißt, es wird hier noch ein 1.5 Uhr fahren, das ist ja leider nicht so schnell auf dem Alta im Gnäs, aber es braucht uns halt nicht richtig, das ist leider nicht viel Spaß. Ich sag's mal, mit Malta-Dinge wird ja rein theoretisch von Bonbach noch gehen, aber das könnt ihr ja selber dann einschätzen, weil normalerweise schon von hier, da kennt sich ja auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.